hallo hallo du hast uns eine e mail geschickt ja und dass du interesse am islam hast ja wie alt bist du wenn ich fragen darf ich bin 15 15 und seit wann beschäftigst du dich mit dem islam also das heißt du willst den islam annehmen wegen dieser frau ja also guck mal islam ist kein spaß religion das muss richtig vom herzen kommen und du musst diese religion richtig praktizieren denn du weißt dein schöpfer schaut in deinem herzen rein und wenn die absichten nicht hundertprozentig für ihn sind dann hilft dir auch dein islam nicht also du musst den islam annehmen nur weil du vom islam überzeugt bist und nicht wegen einer frau